Oh, ich unverzüglich. und wie immer sag ich dass das das wird ganz ganz hart jemanden der auf angriff getrimmt ist der wieder vorne die verteidigung übernimmt dann müssen die diesen graben hier einnehmen das wird ja lustig jetzt bete ich einfach mal dass die artillerie volltreffer was denn sonst ich würde gerne mal wissen wie der gegner das schafft wahnsinn wirklich ohne import krieg ich das nicht hin wirklich ohne import kann ich so nicht schießen die leute da ganz gezielt rausholen ich rufe die artillerie der eigene manager sind sehr gut wir stehen uns ja alle im weg den tust du ja keinen das könnte echt mal spannend werden wenn ich jetzt nicht gleich unterstützung kriege in meiner graben zu kriegen aber offenes feld da muss ich überzahl haben das gelände erstmal halten ja wo es meine verstärkung ja ich habe einmal kurz nach rechts geguckt ich sage ja das ganze spiel hängt wieder von einem spieler ab und das bin ich das in der verteidigung wirklich es ist einfach niemand verteidigt diesen graben er hat natürlich das glück auf der ganzen welt er hat alles glück der welt gepachtet der weg war gut gespielt von ihm ohne den hätten sie keinen prozent erobert muss man ganz klar so sagen das ist auch ein bisschen verteidigung aufzubauen schön dass man ein bisschen unterstützung kommt was nicht so schlimm mein posten ist weg wenn wir uns gleich mal neun zu legen gucken wo wir den unter der wagen steht erstmal ziemlich gut ein bisschen hinter die front zu legen damit ich habe aber immer wenig zeit dafür scheint sich noch bei null zu halten aber der gegner ist da wenn auch knapp aber er ist da das ist wirklich gott persönlich wirklich gott persönlich hat die hand bei denen drauf das ist wirklich wenn bei mir alles glatt läuft das wäre ich mal schön der hat einfach so ein glück dass er genau im richtigen moment rauskommt das timing musst du haben glück gehabt endlich krass du einmal glück hat der gegner gleich dreimal glück hintereinander das wird es so ungünstig dumm gelaufen genau im richtigen moment kommt der um die ecke genau in der Der ist wichtig, der Stacheldraht. Der macht es dem Gegner hier ganz, ganz schwer. Postenwurzel stört, wir bleiben erstmal im Grab, bleiben wir die Zeit. Die Frage ist, ob wir hier rausrennen. Wir sind alle da hinten. Ja, ich denke wir fest, wir sind vom eigenen Stacheldraht, sehr gut. Ne, den will ich nicht bauen. Da rennen wir nochmal zurück. Und von Zyper schon. Haltet sie zurück! Ich mein, wir halten es ja gut. Ja, aber... Ich muss wieder die Drecksau sein, die den Graben füllen. Ja. Bisschen... Deckung. Jetzt hier noch eine Deckung aufzubauen, wenn wir dazu kommen. Das war ja, Weltklasse Scharfschützen immer auf... Ne, auf der Entfernung beim Runterlaufen ist es eigentlich nur noch ein Kopf zu sehen. Perfekter Däuber, kein Problem für die Jungs. Alle haben es drauf. Ja, toll! Die eigene Deckung hier aufgebaut. Dass der besser ein Graben kommt. Ja, das wird hier nichts mehr. Also... Ich rück mich ja auf, ne, aber... Mit mir als hartnäckigen Verteidiger jetzt drin, der immer gleich wieder angerannt kommt. Das ist einfach nicht machbar. Ja, selbst wenn du... Nicht jedes Mal erschießt. Ich bin ja wieder da. Ich komm ja wieder. Ist doch nur nicht so, als wenn ich dann sag, naja, komm, was soll's. Hab eh verloren. Einer hat es rein geschafft. Ja. Hat er gut gemacht. Ja, na, die Wandelung geht weg los. Lass sie nicht vor. Ich hab mich auf rechts. Ja, du verdammt. Ja, du verdammte Schatz. Ja, du verdammt. Ja, du verdammt. Na ja, jetzt hast du mir natürlich noch ein Ziel gegeben. Das ist natürlich dann immer ganz bitter. Per Posten ist das super. Vorausgesetzt ich kann ihn nehmen. Einfach unten. ja der posten wird so hart jetzt gleich unter druck gesetzt jetzt mache ich da noch art der gegner kommt nicht über den ersten punkt hinaus und hätte ich diesen anfangs das anfangs so älter nicht verloren da hätte ich noch gar keine prozente drauf bei gegen zwei wir sind alle da ich werde nicht ich kenne keine harter noch nie mehr verteidigen warten bis der stärkung da ist ich sage ja die haben eigentlich alles was ich brauche ja ich gehe in dem moment ich die vorsichtig rein und sprinte dich rein weil ich denke der letzte sitze drin der steht hinter dir ja immer genau genau die falsche entscheidung getroffen das 50 50 und du sie falsche erwischt jetzt sind sie am graben ist noch niemand genau deswegen steht hier der stacheldraht war das nur der eine nein war er nicht einfach raus damit zahlt dir keine miete beteiligung jetzt mal wieder herfüllen da du hast eingesehen der stadt ganz schön viele mein beileid freundchen du hast aber auch gar kein glück meine sorgen wir haben ja zeit Was ist das denn? Ja, 160 Small. Keine Chance. Wir waren nie wirklich in Gefahr. Wir stehen eine Million in Esmin. Alles, was weggeholzt wird, stelle ich wieder auf. Zack. Hier wird zwar reingehalten von irgendwo Absurdistan, aber letztendlich passiert hier rein gar nichts. Nehmen wir hier mal eine Dallermine hin, also wenn wir die bräuchten. Hier leg ich jetzt eine Esminer rein, weil es mich stört. Als wenn hier heute noch irgendwas passiert. Gucken wir nochmal die rechte Flanke an. Ah, ohne Deckung komme ich da schlecht rüber. Und schon werde ich weggeholt. Wunderbar. Hey, alle unsere Posten sind weg. Mann, jetzt haben sie ja tatsächlich die Chance. Der Feind will unseren Kontrollpunkt erobern. Könnte nochmal reinhalten. Die werden das Ding jetzt wahrscheinlich kriegen. Unsere Posten reicht es nicht mehr. Artillerie! Feuer auf den Verständen! Bestätige Feuer! Ah, egal wie schnell ich bin. Natürlich. Weißt du, abfarmen. Abfarmen geht immer. Wieso kriegen die jetzt 100 Spawns? Wofür? Ich krieg auch keine 100 Spawns beim dritten oder dritten Dings erobern. Wo es dann knapp ist. Wo ist denn der Gegner? Hängen die hier noch alle im Graben oder was? Was? Ich hab echt viel Chancen oder was Salz. Ich hab echt viel Chancen, aber was Salz. Sehen, tust du niemanden. Wir kriegen hier noch eine S-Mine hin. Sehr schön. Oh Gott, ist das weit weg. Das ist ihre einzige Chance, das Spiel zu gewinnen, wenn wir nicht mehr zum Punkt hinrennen können. 150 Meter darüber eiern. Zunahmeneroberung, willst du mich hier verarschen? Wie weit muss ich denn wegrennen? Bis hier? Nein, hier geht es nicht. Nein, ich muss ihn in den Zwischengang legen. Kontrollpunkt ein. Ja, ich komme halt nicht ran an den Punkt. Der ist halt zu weit weg. Normalerweise sind es so 80 Meter. 100 und jetzt... Der Feind will den Kontrollpunkt stürmen. Du hast noch nicht genug! Absolut, eine Schnittstelle. Atombombenwerfer wieder hinten irgendwo zu stehen, der Camp. Naja, bei mir ist wieder alles tot. Ich krieg auch alles ab. Panzer, Artillerie, alles ist gerade da. Posten ist zerstört. Problem ist, ich muss mich irgendwo rein retten. Campen. Einfach campen. Ich steppe mich jetzt hin und campe. Yo, ist richtig. Der Feind hat begonnen, den Kontrollpunkt zu erobern. Was soll ich machen? Mehrmals kann ich da nicht gucken gehen. Ich glaube, ist das ein Bot. Kommt da nicht rein. Kommt da nicht rein. Und wieder. Und die dürften jetzt keine Punkte mehr kriegen. Das ist einfach unfair. Weil ich krieg sie nicht. Sie werden das Spiel haushoch verlieren. Gar keine Frage. Aber trotzdem ist das unfair. Das kann nicht sein, dass ich bei anderen Spielen, wo es wirklich spitz auf Knopf geht, wo es um den letzten Punkt geht und du kriegst dann keinen Pluspunkt mehr, obwohl du die ganze Zeit durchgerusht bist. Und die kriegen diesen Idioten-Bonus. Wir waren so scheiße, dass wir nochmal 100 Punkte kriegen, damit wir hier ganz jetzt nochmal im Punkt vorkommen. Dann starten wir alle 50.000 Kilometer weit weg. Ja. Zweimal jetzt hier mit Glück den Posten genommen. Aber mit richtig viel Glück. Das ist schon echt der Hammer. Es ist so viel Glück, würde ich mal am letzten Punkt haben, dass du da nochmal 100 kriegst und dann das Spiel nochmal drehst. Ja, und dann doch nochmal gewinnst. War der letzte, ne? Das ist unser Grad. Kommen wir hin, wir fallen die gleich fort um. Ich hab mich… Ich hab mich. Ach, zählen ruhig auf mich. warum immer auf mich warum nur mich da steht tausende zehntausende von leuten drumherum um den punkt ja innen drin direkt neben ihm an sagt ich rufe die artillerie die sind natürlich motiviert wir brauchen artillerie und so viele mitnehmen wie geht wenn wir nochmal durchlöchert die können es noch kriegen nochmal artillerie drauf gesetzt alles was geht dann merkt man die leute sind motiviert die merken wir haben noch eine chance zurückkommen lassen klar keine frage aber dass wir da zweimal über 100 leute da wieder bekommen nur damit sie hier weitermachen können das ist also bei einmal lassen wir mit mir reden aber wie gesagt ich krieg den vorteil nicht ja weil ich halt so gut war und angegriffen habe und die anderen schon halt egal so roland hat den punkt geriet aber im wahrsten sinne des wortes ne 44 punkte da hast du in der kategorie dann weißt du du warst der einzige der wirklich was gerissen hat schön dass der da kills geholt hat und abschüsse und es ist das ist immer ganz toll aber ich hätte schon ganz gerne noch jemanden gehabt der da mit verteidigt haben gewonnen aber da sieht man mal wieder wenn es ein bisschen dumm läuft dass man tatsächlich so ein spiel noch irgendwie drehen kann wenn man will ja ich meine es war jetzt nicht mehr machbar beim dritten mal irgendwann stehe ich dann vorne und barrikadier das ding ja und dann kommt noch ein panzer und du kannst nicht immer glücker irgendwann läuft halt mal dumm und wenn die dann keinen posten haben ist die nummer durch ja